So, wir packen heute in Tücher Geschenke ein und zwar ist das eine Furoshiki-Technik. Das könnt ihr mit Seitentüchern machen, wie ihr wollt. Ich habe hier jetzt ein Turin Weiß genommen und habe das schon in der Form eingepackt. Und ein Geschenk eingepackt in einem Tuch, das heißt Furoshiki. Ich zeige euch, wie ich das gemacht habe. Einfach nur in das Tuch eingewickelt. Ich habe hier zwei Weinflaschen. Ein Tuch. Das habe ich hier so quergelegt. Die Flaschen habe ich so in die Mitte. Ich hoffe, das kann man erkennen. So, dann habe ich da ein Stück Platz gelassen, damit die Flaschen nachher so nebeneinander stehen können in der Mitte. So, dann habe ich die Flaschen so nach hinten gezogen und habe dann angefangen, hier die Spitze einzuwickeln mit den Flaschen zusammen. Einfach die Flaschen sozusagen in das Tuch einrollen. Bis zum Schluss. Dann könnt ihr die Flaschen hinstellen. So, dann macht ihr einfach hier oben ein Knoten und noch ein Knoten und dann könnt ihr das Ganze auch so tragen. Und dann ist das eine doppelte Weintrage. So, dann geht es weiter. Bis zum nächsten Mal.